Es hat natürlich auch was mit dem Steueraufkommen zu tun. Sie brauchen ja auch Geld in Ihren Kassen und das kommt eben eher von der, sage ich mal, arbeitenden Bevölkerung. Jetzt gibt es auch eine Idee, Fachkräfte anzuwerben mit Migrationsgeschichte und Ähnlichem. Wird das funktionieren bei Ihnen? Was glauben Sie? Wir haben erste Erfahrungen hier in der Region machen können, die waren leider nicht so positiv stimmend, wie wir uns das alle gewünscht haben. Gerade die Handwerkskammer hat hier große Initiativen ergriffen, aber von den guten Anfängen, die gemacht worden sind, ist leider wenig übrig geblieben. Weil viele abgebrochen haben. Richtig. Das heißt, Sie werden das noch fortführen und intensivieren. Glauben Sie, dass das eine Lösung ist? Ich glaube daran. Das ist nicht einfach der Weg, der ist schwierig. Als internationale Bauausstellung haben wir uns mit dieser Frage auseinandergesetzt und haben auch einen Aufruf gestartet, der heißt Arrival Stadt-Land. Also nicht immer nur Stadt, sondern auch Arrival Stadt-Land meint, in die Kleinstädte kommen, in den ländlichen Raum kommen, wo es bestimmt ganz gute Bedingungen auch geben kann, anzukommen, Arbeitsplätze zu finden. Denn es gibt einen kleinteiligen gewerblichen Mittelstand, der überall Arbeitskräfte sucht. Händeringend. Händeringend sogar. Also das muss man auch sagen. Viele Unternehmen hier in Suhl haben schon angekündigt, auch mehr zu investieren. Die Arbeitslosenquote, soll man auch vielleicht mal erwähnen, ist sehr gering, sogar unterm Bundesdurchschnitt. Auch die finanziellen Mittel in der Stadt, um diese ist es gar nicht so schlecht bestellt. Aber es gibt natürlich die ein oder andere Baustelle Mitri und darüber werden wir später natürlich auch noch sprechen. Vielen Dank an Sie beide und damit aber erst nochmal zurück zu dir.